ja hier wird in der Netzwerke mit einer weiteren Aufnahme von Rocket League wir sind im Winter Update und spielen Eishockey zusammen mit Gary und Tja und jetzt nachdem wir das letzte Spiel ein bisschen warm gespielt haben so für alle die interessiert was für uns ein bisschen warm spielen ist in 10-0-sieg um wenn wir jetzt mal ein bisschen aufnehmen weil ich glaube ich bin warm genug dafür ich verspreche den Leuten nicht zu viel ich bin explodiert ja die Gegner hier die haben viel mehr drauf das siehst du weil die sind alle damals weiter Jackie auch das ist wieder gut gemacht oh und danke fürs anschöpsten oh dankeschön was? hä? das ist doch immer eins boom schakalacki dankeschön er macht nichts oh mein Gott ich bin Profi ich habe ihn von der Wand geholt aber nicht schön oh ich habe ihn von der Wand geholt aber nicht schön hier habe ich noch nicht alle ich habe gerade zu drei vier stück weil die sind gar nicht so leicht zu bekommen so 11 jetzt würde ich sagen jetzt fangen wir an oder interessant der fliegt an der decke entlang der fliegt immer noch an der decke hängt immer noch an der decke das heißt er fliegt zu weit er ist wie von der decke weg gary oh verdammt oh sehr schön oh nein ich dachte ich kann ihn raushauen ja ja haste gemeint jo haha und böse oh der kommt richtig mäßig ich mache ein wallrun das! ja er verlängert ihn Damit habe ich nicht gerechnet, dass da auf einmal ein Verlängerer ankommt. Guck, die sind auch noch perfekt, wenn sie ins Tor reinflippt. Aber das ist echt ein bisschen doof, dass wenn du dir die Wande entlang schießt, dass sie ins Tor reingehen. Okay. Wenn... Och, komm, du kannst den doch nicht wegkicken, wenn ich gerade auf den Zug fahre. Doch, schau, das wusste ich. Volli, Volli, komm bitte, yes! Ach, schmalle. Sehr schön, da kommen unsere Profis wieder durch. Volli, wie warst du in der Wucht, den du vorgehauen hast? Volli, ich hab null Schüsse und hab ein Tor. Das ist auch Profi-like. Ja, wie, Volli? Ja, mit dem Super-Tor. Ach, Mann. Oh, sorry. Okay, da schubst du dich mal einfach von der Wand weg. Nicht mich, äh, nicht den Puck, sondern mich. Boah. Los! Da kann man halt richtig krass irgendwie an der Wand den Ball rumstippeln. Boah, jetzt rollt er. Alles schlecht. Er springte hinter den Deck. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nice. Jetzt hast du mir auch meinen Fuß weggenommen. Ich hab Gary den Ball hingelegt. Und mir den Fuß weggenommen. Ja, aber ich hab Gary den Ball hingelegt. Ach, warum? Nicht besser. Schau, jetzt hab ich die auch noch hingeschnitten. Nein, ich bin verdreht worden, sonst hätte ich den. Wir sind immer auch hinten. Ja, jetzt nicht mehr. Schau dir das an. Oh, ich wurde weggekickt. Der ist richtig behindert runter. Hab ihn. Ja, aber jetzt ist er der Luft. Du musst den hinlegen, sonst geht's nicht. Kommt. Oh nein. Nein. Oh nein. Ich nehm ihn. Ja. Das war ne Vorlage von mir, hat jeder gesehen. Ja, es ist halt bloß total lackgebot und diesen Puck dann halt zwivst, wenn du auf ihn zufährst. Also wenn er sich so dreht. Oh ja. 30 Sekunden, es steht 3-3. Chill. Oh. Er hat mich aufs Dach gelegt. Oh. Oh. Oh, ist so nice. Lass ihn keinen Schau machen. Okay. Ich hab versucht, den am Torwart noch wegzuklicken, aber es hat leider nicht angeklappt. Oh, der kommt behindert. Neu. Das war wieder so einer, der von außen rein flog, oder? Nö, nicht ganz. Doch, natürlich. Ah, der... Nicht ganz. Ach, come on. Sollte sagen, wir sollten keine Torwart reinlassen und dann schießt er selber eins. Da ist noch ein Tor drin, würde ich auf den Boden gehauen. Den kann man direkt aus der Luft von einer Wand zunächst mal drüber schieben. Na, wir wollen ja eine Revanche. Aha. Damit gehen wir uns nicht zufrieden. Ja, lief doch, ihr Angsthasen. Die haben Angst, dass ich nochmal ein Volley-Tor mache. Ja, da trifft er einmal den Kackpfeil, weißt du, oder? Das ist ja gleich der Gott. Naja, 1-0 in der Aufnahme. Jetzt spielen wir gegen hübsche Tierchen, oder was? Naja, aber ich wäre jetzt nur dafür, dass wir die Runden auf jeden Fall gewinnen, weil so eine 2-0-Niederlage im neuen Modus wäre schon echt fein. Du musst mir nicht immer meinen Boost wegnehmen. Doch, ich muss dir deinen Boost wegnehmen, weil ich bin eigentlich effizienter mit dem Boost als du. Nein. Schau, sogar Gary kann mehr wie du. Oh. Okay, der kommt wieder runter. Ich versuche ihn direkt. Ja, wunderbar, ich wusste gar nicht, was man Puck so runternehmen kann. Ich wusste, dass es mit dem Ball geht, aber mit dem Puck. Ich habe gefehlt. Okay, der kommt richtig schön. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Nein. Was? Ja, danke. Sorry, du bist auch in mich rein. Oh, den kriegst du. Aber ich fliege eigentlich noch in der Luft ein bisschen. Schön. Richtig schön. Möchtest du noch mal was sagen? Ja. Habe ich nichts, oder was? Das habe ich gesehen. Ich habe es mal vorgemacht. Okay. Du weißt, dass ich letzte Runde genauso viele Tore hatte wie du. Oh, sorry. Kein Problem. Oh mein Gott. Hä, was ist jetzt mit dem Puck los? Sorry. Hui. Ich habe dich ein bisschen angestupst. Ja, deswegen ging das so schnell. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist ein Fake-Puck. Der bleibt an der 140 Stelle stehen. Ja, ja. Nein. Ja, komm schon, der muss jetzt kommen. Boah. Wie der nochmal angestupst hat. War ich da dran? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay, gut. Dann habe ich ihn gerettet. Hast du es gesehen? Oh, der wäre fast vorbei. Ja, nein. Ey, jetzt wie er wieder genau da steht, wo ich hinschiebe. Ich spiele ihn langsam in den No. Ich spiele ein bisschen schneller. Und ich verkack den Fallrückes hier. Oh Mann, da war wieder einer schneller wie ich. Okay, der könnte schön kommen. Oder er fällt einfach wieder von der Decke runter. Oh, der kommt schön. Nichts da. Den hätte ich auch gemacht. Ja. Da bin ich ja extra direkt am Anfang. Ich bin aber dabei. So. Schöne Vorlage. Nein, ich habe gecleared, okay? Dann darf ich auch eine Vorlage machen. Wer den überwettet, der darf ihn auch vorlegen. Jetzt schiebst du den über mich hoch. Ich wusste nicht, dass du kommst. Ich habe nur noch den Punkt gesehen von mir. Ich habe nichts anderes her gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er haut ihn einfach rein. Wer hat, wenn Tore ich oder du? Äh, du glaube ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ach du scheiße Sven, schau mal unsere Punkte. Ich habe hier so ein richtiges Warum. Aber weißt du was? Schau mal die Gegner an. Das ist halt nicht peinlich. Das ist so viel besser, dass ihr die jetzt auch nicht wie wir. Und wenn Tja kommt, dass du immer alles wegnehmen musst. Ich mache die nicht weg. Ich stelle ich jetzt wieder weggerammt. So, ich einmal hier die Torschau, das habe ich weggerammt. Ich habe, ich kicke den Gegner ein bisschen durch die Gegend. Schau, da legt Gary den Ball wieder hin und du schießt, schießt die da. Weißt du was ich meine? Weißt du was ich meine? Gary, riskiert hast dein Leben für den Ball und du schießt die da heil. Ich glaube, der wäre sowieso nicht rein. Nee, ich muss dir ein bisschen nachdenken. Oh mein Gott. Ja, genau. Ja, das war doch perfekt. Ja, schau. Was? Ja, nein. Oh mein Gott. Jetzt lege ich den Ball schon so geil vor. Weißt du, schubst ihn doch mal nach. Und was macht er? Er hat unten rein. Nee, ich habe drauf gehauen. Nein, nein, ich habe dich auf den Ball gehauen. Dann habe ich den Ball nochmal nachgelegt. Dann habe ich den Ball das Tor geschossen. Dann hast du ein Tor gemacht. So sah das ungefähr aus. Und jetzt, ja, schau mal die Glanzvorlage. Ich kicke die Gegner sogar noch von der Decke runter. Jetzt machst du wieder ein Tor. Und ich bekomme nicht mal eine Vorlage. Du erinnerst dich als ein erstes Spiel. Da war das exakt genauso für deinen Ball. Ja, aber das war ja nicht aufgenommen. Naja, aber jetzt habe ich zumindest mal über 100 Punkte. Das kann man ja schon wieder fast stehen lassen. Jetzt habe ich zumindest die Punkte vom ersten des Gegner-Teams. Toll, jetzt wo ich ihn nehmen will. Ja, klar, jetzt. Hey, Alter. Ich habe so gehofft, dass das passiert. Also im ersten Fall war das meine. Das muss ich nur so sagen. Nein. Meins. Dass sie kein Tor machen. Schau mal, wie schön ich den vorgelegt habe. Oh. So, bitte bleib an der Wand hängen. Nein, du kannst nicht an der Wand hängen, dann kann ich ihn nicht richtig kippieren. Soll ich dich mal bisher anschubsen? Jo, tu mal bitte hier. Soll ich mich mal von der Wand weg. Der ist an der Wand. Oh nein, jetzt ist er nicht an der Wand. Der Bongo hat ihn von der Wand weggeschlagen. So was darf man nicht machen, bei dem Puck. Ja, ja, okay. 13.000. Kann man stehen lassen. Aber die wollen eine Revanche. Und die ist auch durch. Also spüren wir jetzt ja unsere dritte Runde. Steht 1-1 nochmal gegen die Haustierchen, die gerade 7-0 verloren haben. Und diesmal verlieren wir wahrscheinlich. Auch so richtig schön hoch. Das wäre so Schicksal. Nee, Gary fährt erst mal alleine mit dem Puck durch. Auch gut, ich schub's nicht mal ein wenig an. Jo. Oh. Ich hab schon einen Torschuss. Okay, ich bin cool. Boah, wie sind die Geschmäcker. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ja, das hab ich gesehen. Und warum? Nur weil du so schlecht warst. Schau, wie ich die ganzen Gegner aus. Da bin ich umgekippt wegen Pfosten, ey. Ich dachte, du spielst in die Wand hoch. Ja, dachte ich ja auch. Ja, du hast dir so weit rumgedreht. Weil ich konnte. Ich wusste ja nicht, dass auf einmal ein Gegner von mir steht. Ich dachte, die rechnen auch damit, dass ich den an der Wand entlang lege. Oh, aus der Luft. Krasser Scheiß. Jetzt verlege ich ihn noch nach oben. Krasser Scheiß. Jetzt bekomme ich keine Vorlage. Krasser Scheiß. Weil Gary sind mir abgelaufen. Nee, ich hab die Vorlage bekommen. Ja, sag ich ja, weil du sie mir abstaubst. Und wenn das nicht meine Vorlage war, ne? Oh, nee, ich weiß gar nicht, wie ich ihn berührt hab. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was meine Vorlage ist. Ich glaub, sie müssen die Vorlage. Jetzt langsam reicht's, ey. Oh, mein Gott. Oh, der kommt doch schön. Ja, aber ich bin weggeflogen. Der Gegner liegt am Dach, oder so. Oh, mein Gott. Alles geplant. Wiesste? Ja, und ihr spielt doch auch noch vor mir weg. Oh. Ich konnte ja nicht an, dass du kommst. Dann kickst du mich einfach weg. Das war's nicht, du. Bevor du jetzt treiben anfängst. Oh, der ist sehr schön. Oh, mein Gott. Ups. Oh, mein Gott. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Ich hab ihn erwischt. Ich hab keine Ahnung, wie der so behindert an mir vorbeikam. Ich glaub, jetzt haben die das Spiel raus. Nein, 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 nein. Die fällen schon noch wieder. Pass auf. Schau, da war der Fail. Den hätten sie schießen müssen. Oh, Gary, don't do this. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, sehr schön. Der wurde verlängert. Da machst du ihn nicht rein. Ja, weil der abgefälscht hat. Hätt ich auch geahnt. Kicken sich schon wieder alle gegenseitig rum. Ja, du mich auch. Nein, nein, nein. Das war die. Bei mir sah es so aus, als wärst du das. Nein, 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 nein. Das war die. Oh, mein, jetzt kicken die mich gegen am All. Was tust du? Oh, mein Gott. Oh, nein, der kommt genau nach unten. Ja, und ich bin grad von der Decke gefallen. Was hat das jetzt gesollt? Ich hab ein Zeug, darf das. Du hast ein Tor, aber auch schon zwei Stück vorgelegt für die Gegner, glaub ich. Also, jetzt bist du wieder dran mit schießen, ne? Ob ich den krieg? Ich bezweifle es, ja. Oh, mein Gott. Nein. Der hat den Boost und ich nicht. Das war unfair. Okay, auch gut. Ich hab den nämlich nicht so schön bekommen. Tut mir leid, ich hab dich schön erwischt. Oh, oh. Oh, oh. Ich schaff dir nochmal an. Ja. Ich hab auch ein Tor. Ja. Und du wirst sogar mal die, du wirst sogar die Vorschläge dafür bekommen werden. Nicht so wie bei dir. Wär auch schlimm, wenn nicht. Naja. Die Holmer schon noch. Ich bin so optimistisch. Was macht der? Keine Ahnung, irgendwas Ball? Aber bei dem Ball kann halt nicht nach vorne schauen. Und was sollte das? Ich wollte dich mal imitieren. Achso. Ja, nachmachen. Vielleicht krieg ich dann auch mehr Punkte, wenn ich ein Gegner oder Bälle vorleg. Scheine bei dir irgendwie zu funktionieren. Oh, mein Gott. Gary! Ne. So nicht. Nice. Ich dachte schon, du machst jetzt so ein 8-Ball-Tor. Ich nehm, du einfach den Claudius voll gegen einen Punkt schießt. Hab, wollte ich eigentlich machen. Es sah auch voll so aus. Es sah auch voll so aus. Es sah aus gleich. Bei einer Minute elf. War zing... Oh, ich fliege. Warum fliege ich? Gary! Oh! Du meinst rechts. Der ist so auf mich. Ich wollte ihn einmal zerstört haben. Ich hab alle Gegner weggemacht, irgendwie. Der ist wirklich so auf mich. Der meint halt, dass du der wichtigste Mann bist, aber da kann ich ihm von was anderem überzeugen. Ne, ich hab ihn einmal zerstört. Ja, ne, der meint nur, wenn er dich aufhält, dann können wir nicht gewinnen, weißt du. Aber, aber dann weiß ich ihm dann das Gegenteil, weil ich kann halt Dinger ausschießen und der Gary, der, 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 der macht auch irgendwas. Ich stopp die Dinger ab, wenn ihr zwei fällt. Ja, ungefähr so. Ungefähr so stoppt er ab. Aber diesmal hab ich zumindest die Vorlage für bekommen, wie ich den so schön rum gelackt hab. Aber was ist das gerade mit meinem Inside los? Ja, bei mir hat's auch mal ein bisschen gelackt. Oh ja, das... Oh ja, das ist der Server selber. Oh! 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 Na gut. Joa, ihr... Ich bliege hier rum, das ist Wahnsinn. Alles in paar Sekunden verzögert. Aber du hast ihn wieder Neos getötet. Ja! Das ist doch... Selbstverständlich. Das ist nur aus Versehen. Das ist sowas von aus Versehen. Joa, Leute, damit geht die erste Folge hier von dem geilen Modus an uns. Und ich würd sagen, wir sind uns das nächste Mal in einer weiteren Folge in dem Modus hier. Und bis dahin, Servus und Tschau! Tschau!